Hallo, mein Name ist Hans Siegel. Am 28. Februar ist Tag der seltenen Krankheiten, The Rare Disease Day. Wir beim Bergdoktor, wir thematisieren immer mal wieder seltene Krankheiten und das ist auch gut so, denn für diese Krankheiten wird noch zu wenig getan, zu wenig geforscht, aber es wird besser. Und so selten sind die Krankheiten gar nicht. In Deutschland sind ungefähr vier Millionen Menschen, die an einer solchen Krankheit leiden. Es gibt ungefähr 6000 seltene Krankheiten, die man ein bisschen vergisst. Und deswegen mein Aufruf, dass wir alles tun, um diese seltenen Krankheiten besser zu erforschen. Denn wie gesagt, selten ist viel oder viel ist selten. Auf alle Fälle ist heute am 28. Februar The Rare Disease Day. Alles Gute.